Herzlich Willkommen bei La Vie Mode. Wir, Tina Kraut und Kitty Strasser, haben uns vor neun Jahren unseren größten Traum erfüllt und im Herzen der Schongauer Altstadt unser La Vie eröffnet. Eine Herzensangelegenheit ist, uns eine typgerechte Mode anzubieten. Sehr wichtig ist uns die persönliche und individuelle Beratung unserer Kunden. Denn jede Frau kann schön sein und nicht nur in einer Größe 36 und deswegen bieten wir auch unsere Mode bis zur Größe 48 an. Von uns mit viel Liebe ausgewählte Accessoires sowie Taschen und auch Tücher und Schmuck runden euren Look immer perfekt ab. Ganz bezaubernd finden wir auch unseren Schmuck aus dem Allgäu. Der wird dort individuell designt und auch produziert und ist wirklich mit hochwertigen Materialien hergestellt und ganz liebevoll gemacht. Zwei weitere Firmen aus unserem Sortiment, Kenny S und auch Askari, produzieren ausschließlich in Europa und setzen auf eine umweltfreundliche und nachhaltige Produktion. Das ist der Tino und mir wirklich sehr wichtig und wir versuchen das immer mehr mit unseren Firmen im La Vie umzusetzen. Außerdem haben wir einen Mundscherfüller. Sollt ihr einen Teil, das ihr gerne haben möchtet, nicht in eurer Größe verfügbar sein oder nicht in der richtigen Farbe. Wir sind stets bemüht, euch das Teil nachzubestellen, damit ihr es dann erhaltet von uns. Wir haben auch einen Änderungs-Service, eine Hose zu lang, eine Jacke zu weit, gar kein Problem. Wir stecken euch das ab, bringen es zur Schneiderin. Dort wird es geändert und ihr könnt es dann nach kurzer Zeit bei uns im Laden fertig geändert wieder abholen. Bargeldlos zahlen bei uns im La Vie auch gar kein Problem. Ihr könnt es gern mit EC oder sogar mit Kreditkarte bezahlen, aber am allerliebsten natürlich mit unseren Schongauer Schecks. Einfach euer Lieblingsteil auswählen und wie mit Bargeld mit euren Schecks bezahlen. So, vielleicht haben wir euch jetzt ein bisschen neugierig auf unser La Vie gemacht. Wenn ja, dann kommt es doch einfach vorbei und stöbert es mit Herzenslust durch unseren Laden. Wir zwei würden uns wirklich sehr darüber freuen und wer weiß, vielleicht bis bald. Euer Lieblingsteil von Tina.